Nico Hoffmann, Sie sind Filmregisseur, Filmproduzent, seit 2017 CEO der UFA und damit Nummer eins der Film- und Fernsehproduktion. Sie sind Intendant der Nibelungenfestspiele in Worms und Dozent an der Filmakademie in Baden-Württemberg. Oder sind Sie einfach nur ein Mannheimer, der in die große weite Welt hinauszog? Also wen sehen Sie, wenn Sie in den Spiegel schauen? Naja, ich glaube beides. Es ist ein Mannheimer, der in die Welt rauszog. Alles, was Sie gesagt haben, stimmt. UFA Nummer eins stimmt im Betriebswirtschaftlichen, stimmt im Marktanteil. Wir bemühen uns auch qualitativ immer wieder die Nummer eins zu sein. Der Konkurrenzkampf ist groß, wie ich finde im Moment. Es sind sehr, sehr viele junge, spannende Start-ups unterwegs, sehr viele junge Produzenten, viele auch von mir selbst ausgebildet, die sich dann mit anderem Geld nicht von der UFA selbstständig machen. Ja, ich würde mal sagen, ein auf die 60 zugehender Filmproduzent mit der entsprechenden Lebenserfahrung, aber natürlich auch im Moment, muss man ganz ehrlich sagen, mit vielem Nachdenken auch über die letzten 30 Jahre, weil es einfach eine wahnsinnig spannende Zeit war. Sie haben mir schon direkt auf die zweite Frage die super Überleitung gebaut. Die lautet nämlich, Sie werden im Dezember 60 und werden Sie den Tag feiern, groß feiern? Ich feiere den Tag auf einem Schiff in der Antarktis, weil ich mich entschieden habe, nicht in Berlin zu sein. Also ich habe meinen 50. groß gefeiert mit 250 Leuten, was mich unendlich angestrengt hat. Ich habe, glaube ich, 14 Tage gebraucht, danach wieder zu mir zu kommen. Und ich habe mich jetzt im Moment erstmal entschieden, mit 60 jetzt keine 600 einzuladen. Mit neuestem sehr prominenter Schauspieler gesagt, ja, du musst jetzt 600 Leute einladen, also das mache ich ganz sicher nicht. Also ich bin mit meiner Schwester in der Antarktis, weil ich da schon immer hinwollte. Es wäre schon sehr kalt, aber im Dezember ist es eh kalt. Und dunkel. Ja, es ist nicht nur dunkel, also es ist dunkel. Aber ich habe mich jetzt wirklich entschieden, das sehr privat zu feiern. Aber wie es dann schon so ist, kommen jetzt auch schon wieder erste Bedürfnisse, ob ich dann nicht doch im Januar dann doch irgendwie eigentlich am liebsten im Grill Royale nachfeiere. Aber dann sicher nicht mit 600, sondern eher mit 60. Wollten Sie nochmal 20 sein? Ganz ehrlich nicht. Also ich fand 20, ich fand wirklich das Alter zwischen 20 und Beginn des Studiums und auch das Studium, das fand ich wirklich mit die schwierigste Lebensphase. Also ich will definitiv nicht nochmal 20 sein. Ich sehe das auch bei meinen Studenten. Das sind einfach wahnsinnig schwierige Prozesse der Selbstfindung, der Selbstfindung zwischen Stoff und meistens auch eigener Herkunft, Familiengeschichte. Man definiert im Grunde genommen das eigene Arbeitsfeld. Ich fand es bei mir unendlich schwierig und eigentlich quälerisch fast schon. Also ich habe da sehr tolle Erinnerungen auch dran. Das haben sich viele Freundschaften gegründet. Aber die Haupterinnerung war eine wirklich sehr langwierige, schmerzhafte Selbstfindung. Also ob ich das nochmal will, würde ich sagen nein. Auf keinen Fall eigentlich. Was war für Sie die schönste Lebenszeit bis jetzt? Ja, mein Vorgänger Wolf Bauer hat mir am Montag beim Abendessen gesagt, die absolut tollste Zeit wäre jetzt von 60 bis 70. Aber Wolf sagt dann immer, immer wenn er dann auch in ein gewisses Alter kommt, erklärt er mir jedes Mal, das wäre das Beste. Also als ich 50 wurde, hat er mir gesagt, das Beste wäre 50 bis 60. Jetzt hat er mir gesagt, das Beste wäre 60 bis 70. Ich fühle mich im Moment eigentlich deshalb gut, weil ich merke jetzt natürlich, dass eine enorme Lebenserfahrung, eine enorme Berufserfahrung da ist. Es gibt einem eine gewisse Ruhe. Wobei die Ruhe heißt dann nicht, dass man die Dynamik verlieren darf. Also ganz im Gegenteil. Aber ich kann mir vorstellen, dass er recht hat, zu sagen, ja mit 60 kann ich jetzt sagen, dass es die beste Phase wird. Im Moment merke ich schon nichts davon, aber vielleicht kommt es noch. Rückblickend betrachtet, würden Sie was anders machen? Ach, das ist immer so eine schwierige Frage. Also ich glaube, es sind ja zwei Fragen drin. Also einmal, ob man privat was anders machen würde. Ich finde es schon, das habe ich schon heute auch in einem Handelsblatt-Interview gesagt, ich finde es schon einen gigantischen Raubbau an eigenen Kräften. Also wenn man wirklich so dynamisch da in dem Beruf drin aufgehen will. Das gilt aber für jeden. Das gilt für jeden Bereich. Das gilt für Journalismus, gilt für Theater, für Kunst, gilt für die Wirtschaft ohnehin. Also sie opfern dann natürlich unheimlich viel Privatleben. Sie opfern sehr, sehr viel ohnehin Freizeit. Also weil sie machen gar keine Trennung mehr zwischen Beruf und Freizeit. Ich habe nie eine Trennung gehabt, weil ich es einfach, ich fand alles berufliche auch irgendwie privat natürlich dann ganz toll. Aber je älter man wird, man macht schon so eine Art von Bilanz dann. Und ich würde sagen, eine gewisse Ungeduld, eine gewisse Überdynamik, eine gewisse Ungeduld auch mit Menschen, auch eine hohe, ich kann auch sehr lautstark werden, ich kann sehr kämpferisch werden. Ich übertreibe das manchmal auch. Also ich würde sagen, ich habe zehn, 15 Jahre Mitarbeiter ganz sicher auch in eine permanente Stresssituation versetzt. Das würde ich jetzt heute definitiv nicht mehr machen. Also wenn sie auch so einen großen Laden führen, ein großes Unternehmen führen wie die UFA, das ist eine andere Verantwortlichkeit. Ich kann mir hier einen gewissen Tonfall gar nicht mehr erlauben, weil Mitarbeiter da sofort zu Recht darauf reagieren würden. Aber das hat wiederum mit Lebenserfahrung zu tun. Also ich würde sagen, anders geht es gar nicht, erfolgreich zu sein, weil das erreichen sie nicht nebenher. Sie müssen es wirklich voll und ganz wollen. Aber jetzt mit dem Rückblick von 20, 30 Jahren gibt es auch viele Tendenzen, die ich an mir ändern würde, wenn ich es noch mal ändern könnte. Aber mit dem Wissen von heute wahrscheinlich nur, ne? Ja, das ist ja bei vielen so, klar. Den Rückblick haben sie jetzt erst. Ich war auch mental gar nicht in der Lage, das vorher so zu empfinden, weil sie sich selbst in so eine Art von Permanentadrenalin-Bewegung stoßen. Und das sehe ich bei vielen. Also sehe ich übrigens auch bei vielen Journalisten, auch bei vielen Chefredakteuren. Beim Journalismus ist es noch spannender anzugucken, weil Chefredakteure in einem täglichen Stress sind. Die Welt bleibt nicht stehen. Ich habe gerade gestern mit Kollegen von der BILD-Zeitung geredet, wenn sie BILD-Online, BILD-Print und das ist, das Leben bleibt, egal ob es Sommerloch ist oder nicht, es bleibt einfach die Welt nicht stehen. Und das dann immer wieder, immer wieder sofort zu verarbeiten, eine eigene Haltung zu entwickeln, gilt für den Filmberuf genauso. Das ist wirklich extrem anstrengend. Was hat bei Ihnen den Ausschlag zu dieser Selbstreflexion, sage ich jetzt mal, gegeben? War das ein Anlass? Das ist ganz sicher, dass wir älter werden. Also das ist eindeutig. Mich hat die 50 oder die 40 ohnehin nicht und 30 schon gar nicht. Aber es hat wirklich auch damit zu tun, muss ich sagen, dass ich viele Wehgefährten verloren habe. Es ging los mit dem Tod von Frank Schirmacher, mit dem ich sehr befreundet war, dann der Tod von Götzke Orge, jetzt vor acht Wochen der Tod von Hannelore Elsner, mit der ich auch sehr befreundet war. Also es sind ja auch wichtige Wehgefährten, die Bernd Eichinger vor, mit dem viel zu frühen Tod, also ob man will oder nicht, man beschäftigt sich damit, wirklich auch wie viele Menschen, die einem wichtig waren, verloren gegangen sind. Und das bleibt ja leider nicht, Lisa Martinek jetzt vor drei Wochen, das bleibt ja nicht spurlos, an einem vorgeht, nicht spurlos vorüber. Aber das reflektiert dann in einem, klar. Das ist ganz klar. Kann ich nachvollziehen. Wir sitzen hier im Vorführsaal der UFA. Mit wem sitzen Sie sonst hier? Also in diesem Saal mit, eigentlich mit vielen unterschiedlichen Gruppierungen. Das ist der Raum, wo wir mit den Produzenten die Filme gemeinsam anschauen. Wir benutzen das Kino massiv seit sechs, sieben Jahren für Test-Screenings. Also ich führe regelmäßig die wichtigen Filme, führen wir hier wirklich den Mitarbeitern vor. Das ist dann komplett voll, wenn man dann hier drei, vier Vorführungen hintereinander. Teilweise gehen wir rüber nach Babelsberg ins Studio, ins größere Kino. Also ich benutze das massiv, wenn man so will, für eigene Marktforschung unserer Filme. Wir tun auch Fragebogen austeilen und machen dann hier Gespräche. Wer ist das Screening? Wer sitzt da hier? Ist das ein ganz bestimmtes? Bunt gemütlich. Ich habe den Vorteil hier im Haus, dass wir wirklich alle Arbeitsfelder abdecken. Also wir bilden auch aus, also von Buchhaltung über jedwede Form des Handwerks können Sie bei uns erlernen. Das ist sehr, sehr spannend, wie ich finde. Also es kann jeder Berufszweig hier quasi Ausbildung machen. Und der Reiz ist natürlich jetzt, dass wir hier dann auch ganz verschiedene Altersgruppen, ganz verschiedene Berufsgruppen für die Test-Screenings zusammen trommeln und sie im Grunde genommen so eine Art von Zusammensetzung erreichen, die auch durchaus das Abendprogramm dann hat. Und das geht dann hier schon zur Sache. Also wir haben hier schon heftige Screenings gehabt von Filmen, wo ich wusste, sie sind noch nicht on top. Und ich habe viele Veränderungen auch im Schnitt schon gemacht nach den Vorführungen hier. Gibt es ein Beispiel? Also legendärstes Beispiel war sicher Unsere Mütter, Unsere Väter, weil wir an dem Film, glaube ich, ein Jahr geschnitten haben. Also wir haben, glaube ich, von Unsere Mütter, Unsere Väter hier im Kino garantiert vier oder fünf Fassungen vorgeführt, die sich auch massiv verändert haben im Laufe der Zeit. Also teilweise waren ZDF-Kollegen noch mit, weil sie sich das gar nicht so vorstellen konnten. Aber ich habe bei Unsere Mütter, Unsere Väter viele Veränderungen gemacht aufgrund der Urteilskraft der Mitarbeiter auch. Finde ich klasse. Ja, ich finde es auch. So ungewöhnlicher. Ja, ich weiß gar nicht, es ist ungewöhnlicher. Andere machen das dann bezahlterweise im Kino, extern. Aber ich bin deshalb sehr überzeugt davon, weil es ist immer ein Gratmesser von einem eigenen Empfinden. Also es ist meistens wirklich eine Spiegelung. Man merkt, es stimmt was nicht. Es stimmen gewisse Bögen nicht, gewisse inhaltliche Bögen nicht. Und es ist eigentlich eine Art von Rückversicherung. Also meistens, muss ich sagen, reagiert das Publikum auf genau dieselben Punkte, die man bauchmäßig spürt. Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie konnten zwischen Privat und Beruf, das ist immer so eins, Was bedeutet das Filmen, der Film für Sie? Also in meiner ganzen Entwicklungsgeschichte war das natürlich immer der große Traum. Das ist auch bei vielen meiner Studenten, die fangen ja schon mit 13, 14 an und drehen ihre eigenen Filme. Bei mir war das auch so. Es war natürlich damals viel schwieriger, weil sie Super-8-Filme brauchten. Sie mussten das alles mühsam mit Klebestreifen oder Acetat dann kleben. Also es war nicht heute wie auf dem iPhone. Also ich sehe ja bei meinen Studenten, die machen ja teilweise jetzt, also ich kriege Einreichungen von 18-Jährigen bei der Aufnahmeprüfung. Da sitzen sie davor und denken, also wie kann das sein, dass jemand mit 18 technisch, also dermaßen perfekt schon zugange ist. Das machen die natürlich mit Computer zu Hause dann noch. Aber bei mir gab es das nicht. Aber der Punkt des Beginns war immer sehr, sehr früh, auch bei Studenten. Und ich habe mit 13, 14 angefangen, Lesebuchstoffe zu verfilmen. Also es war immer der große Traum. Ich habe Kino betrieben in der Schule, ich habe ein eigenes Kino in der Garage und später im Keller meiner Eltern betrieben. Wo Sie auch schon sehr schnell gelernt haben, wie man Filme finanziert. Ich habe da sehr schnell gelernt, wie man Filme finanziert. Ja, das war irgendwann natürlich auch Geschäft. Ich habe die Einnahmen aus den Kinovorführungen, die habe ich dann benutzt für die Produktion eigener Filme. Das wurde sehr schnell professionell. Kann man heute auch noch angucken. Die lagern alle bei meiner Mutter. Also teilweise kann man sich alle anschauen, aber das ging sehr früh los. Und die zweite Ebene, durch die Eltern bedingt, war ganz sicher Journalismus. Also meine Eltern sind beide Journalisten. Und es war eine Prägung bei uns im Haus. Meine Mutter war 35 Jahre lang bei der FAZ. Mein Vater war genauso lang bei der Rheinpfalz in verschiedenen Funktionen. Also es gab nur die Variante, entweder Journalismus, ich habe auch volontiert bei Mannheimer Morgen, oder Fimhochschule. Und Fimhochschule ist es eigentlich nur geworden, weil ich dann in München genommen worden bin. Also ich würde mal sagen, wenn die mich nicht genommen hätten, wäre ich zumindest wieder Journalist geworden. Und das übrigens auch mit großer Freude. Also ich finde Journalismus nach wie vor, ich bin mit vielen befreundet und ich liebe Journalismus. Also es ist einfach nach wie vor ein Thema, was mich auch nicht loslässt. In Ihrer Biografie hat mir eine Anekdote aber sehr gut gefallen. Ihre Eltern haben Sie sehr früh mit ins Kino genommen und Sie wollten bewegte Bilder auf der Leinwand. Und haben versucht, das als Kind schon zu Hause nachzustellen und dann auf dem Rollo versucht. Wollen Sie es erzählen? Ne, das war so. Also ich habe ja nicht gewusst, wie es funktioniert und die haben mich immer mitgenommen. Es gab damals so, das gibt es heute gar nicht mehr, es gab damals so Tageskinos, wo jede Stunde, jede Stunde lief der gleiche Kram. Also da liefen dann, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das war eine Mischung aus Wochenschau, Tom & Jerry Filmen, irgendwelchen Verschnitten aus tschechischen Kinderfilmen. Also ich weiß gar nicht, wie diese Mixtur zustande kam. Das hieß City Kino in Ludwigshafen, das war direkt neben der Rheinpfalz. Und da die beschäftigt waren, meine Mutter war am Anfang auch bei der Rheinpfalz, wurde ich dann in dem Kino abgesetzt. Die hieß Rosmarie, die Kassiererin. Ich saß dann teilweise auch bei der rum, also in dem Kassenhäuschen. Aber im Grunde genommen hat mich das unendlich fasziniert als Siebenjähriger, wie das funktioniert. Dass man in einem dunklen Raum sitzt und dann passiert da irgendwie was auf einer, das Licht geht aus und dann geschieht da was auf einer Leinwand. Und das habe ich dann stundenlang zu Hause ausprobiert. Ich habe dann Nachttischlampen mit Farbfolien. Ich wollte irgendwie rauskriegen, wie das funktioniert. Da habe ich die ganzen Schnapprollos meiner Eltern versaut mit Wachsmalkreide, weil ich dann quasi die Bilder auf die Rollos geschmiert habe und dann beleuchtet habe. Also bis ich dann kapiert habe, okay, es muss in dem Projektor stattfinden. Aber das gab es ja alles. Es gab damals Walt Disney-Projektoren von 19, D-Mark 80. Da konnte man dann so Walt Disney-Dias-Lights durchziehen. Also es gab es alles. Das war der Beginn. Der Beginn waren übrigens nicht so Walt Disney-Dias, die dann zu Hause vorgeführt worden sind. Sie haben mittlerweile der Welt ganz viele tolle Filme geschenkt. Ich erwähne nur Der Sandmann, Der Tunnel, Die Flucht, Unsere Mütter, Unsere Väter, Der Medikus. Also es ist eine ganz, ganz große Bandbreite. Gibt es ein Thema, ein Stoff, das Sie besonders interessiert? Also die Bandbreite ist wirklich groß. Die ist natürlich auch nur möglich gewesen mit einem riesigen Team. Also wir waren ja immer zu zweit oder zu dritt auf den Projekten. Das war ja nie ich allein. Also Medikus war eigentlich ein Projekt von Wolf Bauer. Das war sein Projekt. Das habe ich dann mit ihm gemeinsam gemacht. Der Junge muss an die frische Luft, was jetzt ein riesen Erfolg war. Das war ein Projekt ganz stark von Sebastian Werninger hier im Haus. Also wir haben viele Dinge dann wirklich gemeinsam in unterschiedlichen Partnerschaften nach vorne gebracht. Das ist übrigens auch wirklich so ein Prinzip der UFA, was sehr stabil von mir entwickelt worden ist. Auch bei Teamworks damals schon, dass wir wirklich gesagt haben, wie geht eine wirkliche Kooperation? Also wir haben fast alle Filme auch bei Teamworks zu zweit, zu dritt gemacht. Und diese Partnerschaftlichkeit, weil wirklich Leute ganz unterschiedliche Begabungen haben. Der eine ist in der Stoffentwicklung sehr stark, der andere ist im Durchführen sehr stark. Es gibt wenige Leute, die so alles dann beherrschen. Aber diese partnerschaftliche Zusammenführung von Energien, das ist eigentlich das große Asset, was die UFA hat. Jetzt von den Stoffen her ganz sicher die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus. Weil es ist sehr, sehr stark getriggert durch meine Eltern. Weil es war das Dauerthema bis zum heutigen Tag bei uns zu Hause. Das war das Thema, was quasi in der Familie ständig eine Rolle gespielt hat. Also auch wo ich kleiner war. Also ich würde auch mal sagen, unsere Mütter, unsere Feder. Auch weil der Film wahnsinnig lange dauerte und wahnsinnig schwierig war und sehr, sehr lange gedauert hat. Also fast fünf Jahre. War garantiert so die, würde ich sagen, wichtigste Erfahrung jetzt der letzten Jahre. Aber eigentlich ist immer der letzte Film der, eigentlich ist immer der letzte Film so das Wichtigste. Ihre Biografie trägt den Titel mehr Haltung bitte, wozu uns unsere Geschichte verpflichtet. Also das scheint Ihr Lebensthema zu sein? Das ist mein Lebensthema. Das hat ja auch wirklich mit meiner Generation zu tun. Also ich bin aufgewachsen in dieser Nach-Apo-Zeit. Ich habe gerade mit dem jetzigen Direktor meines damaligen Gymnasiums telefoniert, weil wir beide festgestellt haben, wie stark sich die Landschaft auch verändert hat. Aber als ich damals zur Schule ging, wir hatten noch wirklich einen Nazi-Lehrer, die, ich erinnere mich an einen Biologie-Lehrer, Mack M.A.G., der immer mit schwarzem Rollkragenpulli rumlief. Der hat wirklich ernsthaft noch die Rassenlehre aus dem Dritten Reich auf so einem Spiritus-Drucker vervielfältigt. Das gab es ja alles noch. Und es gab den Filbinger-Radikalen-Erlass, dann gab es Filbingers Selbstabdankung. Er wurde abgedankt aufgrund seiner politischen Vergangenheit. Also das ganze Thema Nationalsozialismus, was ja auch bei der Apo, auch im Terrorismus-Studio das eine Rolle gespielt hat. Also diese Abgrenzung zur Federgeneration, das habe ich ja nochmal in einer ganz anderen Generation erlebt. Ich würde mal sagen, ich war in der Lage, mit meinen Eltern dann auch darüber zu reden. Ja, jahrzehntelang zu reden, kann man wirklich sagen. Aber das ist so das bleibende Thema. Also ich finde auch, jede Generation hat ihr eigenes Thema, wie beispielsweise die jetzige, den Klimaschutz. Das ist, das ist auch so ernst zu nehmen, weil die stehen ja nicht nur am Freitag auf der Straße, damit es weniger Plastikbecher gibt, sondern denen geht es ja wirklich um eine grundsätzliche Haltung, wie wir in den nächsten Jahrzehnten hier zusammenleben. Und das ist ein Thema, es ist eh schon beachtlich, dass eine jüngere Generation sich dermaßen ernsthaft und auch, wie ich finde, durchsetzungsstark mit dem Thema beschäftigt. Wie wir zusammenleben und wie wir überleben, das ist ja auch eine Überlebensfrage. Wirklich auch, wie wir überleben. Das ist ja auch ein gewisser Zynismus, wenn jetzt 70-Jährige der Meinung sind, nach Medizintflut, das gilt auch für die ganze Rentenreform. Aber der Meinung bin ich natürlich nicht. Das hat auch wirklich zu tun mit einer grundsätzlichen Haltung, wirklich jetzt wie wir leben wollen. Und dass wir alle in einem unheimlichen Raubbau von endlosen Möglichkeiten, da gehört die Fliegerei jetzt dazu, da kann ich mir selbst an die Nase fassen, weil ich bin hier an der Ufer sicherlich der größte Klimaschänder, weil ich natürlich dauernd fliege. Es gibt aber auch Strecken, die ich anders nicht bewältige. Ich bin jetzt allein in dem Jahr viermal Los Angeles, ich kann jetzt nicht mit dem Schiff hinfahren, das wäre noch schwieriger umwelttechnisch. Aber das nehme ich sehr ernst und ich nehme es auch hier im Haus sehr ernst. Also wir haben eine sehr starke junge Generation hier im Haus, die sich auch politisch, wie ich finde, enorm bemerkbar macht. Und das freut mich, das freut mich enorm. Haltung zeigen, das ist so Ihr Anliegen, Ihre Motivation, habe ich rausgehört, rausgelesen. Würde es bedeuten, dass jetzt solche Themen wie Klimaschutz auch in den Filmen vorkommen? Nein, man macht ja eine Erfahrung, dass die Themen, die wirklich dann politisch auch wichtig sind, im Film ganz schwer funktionieren. Also die, ich nenne es mal die ganzen Produktionen zum Thema Flüchtlinge der letzten fünf Jahre, eigentlich sind die Filme alle teilweise komplett kollabiert, auch in der Quote. Weil die Zuschauer im Moment so eine starke tagesaktuelle, tagespolitische Wahrnehmung haben. Das geht in der Dokumentation. Ich kann mir vorstellen, ja, da funktioniert es. Wo ich glaube, dass es funktioniert, das machen wir jetzt auch gerade mit der Helmholtz-Gesellschaft. Ich glaube, dass es funktioniert in einer wirklichen, so wie bei National Geographic, in einer wirklichen High-End-Doku. Weil das wird im Moment massiv geschaut. Da gehören auch die ganzen Terra-X-Programme vom ZDF dazu. Also was wir jetzt mit Millionenaufwand betreiben, das ist eine der teuersten Dokumentationen, die hier überhaupt je gedreht worden sind. Das ist Arctic Drift. Das ist eine große Expeditionsreise der Helmholtz-Gesellschaft. Die beginnt jetzt im September und macht sichtbar, welche Probleme bereits die Arktis jetzt hat und macht. Und das begleiten wir mit einem eigenen Team mit enormem logistischen Aufwand als einziges Drehteam. Also wir machen, wenn Sie so wollen, für und mit der Helmholtz-Gesellschaft aus diesem Thema Arctic Drift, so heißt die Expedition. Daraus machen wir im Moment den zentralen Dokumentarfilm. Ein Film, der es auch in die Kinos schafft? Ja, vom Aufwand her würde ich sagen, ja. Und es ist vor allem ein Film, der, wie ich meine, ganz sicher eine weltweite Distribution kriegt. Weil wir haben andere internationale Partner da ausschlagen können. Und ich bin überzeugt, dass der Film, wenn er jetzt fertig wird, dass er eine, also er hat jetzt schon einen Weltvertrieb. Und ich bin überzeugt, dass der, wenn wir den Cannes präsentieren, jetzt im Herbst, die ersten Muster, bin ich überzeugt, dass der sehr stark verkauft wird. Auf der einen Seite Filme mit Anspruch. Auch als CEO der UFA sind Sie aber auch für Shows wie, oder Serien wie Bauer sucht Frau oder Deutschland sucht den Superstar verantwortlich. Wie geht das zusammen? Ja, für mich ist das überhaupt kein Widerspruch. Ich habe erst mal eine riesige Wertschätzung für die Ute Birner, die das macht. Die Ute ist ja in Köln verantwortlich für den ganzen Show- und Entertainment- und für den Factual-Bereich. Da ist eine wahnsinnig starke Bindung zur Ute entstanden, weil man kann bottomline wirklich sagen, um eine gute Show zu machen, brauchen Sie genau dieselben Zutaten wie bei einem großen fiktionalen Projekt. Also es muss einfach jedes Detail stimmen. Wir können es beim Licht anfangen, bei der Besetzung der Jury, bei der Auswahl der Kandidaten, bei der Qualität der Zuspielerfilme, bei der Auswahl der Musik. Also ich könnte jetzt wirklich drei Stunden darüber referieren, was eine gute Show ausmacht. Und mir wird es manchmal nicht abgenommen, dass ich mich in dem Terrain auskenne. Leider kenne ich mich in dem Terrain aus. A, bin ich jemand, der die Programme seit Jahren wirklich gerne schaut. Also ich bin extrem Entertainment-affin. Ich liebe Entertainment. Bin auch jemand, der selbliche Musicals am Markt auswendig kennt, weil ich in London, New York mir alle Musicals anschaue, die in Deutschland übrigens auch. Und ich habe auch selbst den deutschen Filmpreis produziert, damals mit Bully Herwig, mit Barbara Schöneberger. Also ich weiß, worüber ich rede, wenn man mit Bully oder mit Barbara eine Drei-Stunden-Show da macht. Und ich genieße wirklich die Gespräche, ich nehme mal mit Dieter Bohlen. Der Dieter ist dermaßen klug und genau und präzise in der Analyse, was er da macht, wie er das macht, eine Gesamtbewertung. Also er schreibt jeden Sonntagmorgen, kriegt man dann eine SMS von ihm, wenn er die Show dann live, ich gucke es auch sehr, sehr oft live. Egal ob Supertalent oder egal ob DSDS, ich genieße diesen Austausch im Detail wirklich sehr. Es ist genauso, also mit Dieter Bohlen über eine Show zu reden, ist genauso spannend wie mit Philipp Kattelbach über Unsere Mütter, Unsere Väter. Und da macht es auch wahnsinnig Spaß, zusammenzuarbeiten. Es ist diese Professionalität, die auch bei Unterhaltung oder gerade bei Unterhaltung am Tag gelegt werden muss. Wirklich mehr denn je. Das wird auch immer unterschätzt, weil man denkt, das ist irgendwie schnell machbar. Das ist wirklich ein Blödsinn. Also eine gute Unterhaltungsshow bedarf einer gigantischen Vorbereitung. Und wie gesagt, fordert von den ganzen Gewerken denselben Mut, fordert übrigens auch in der Gestaltung des Programms denselben Mut, auch jetzt den großen Erfolg, den ProSieben gerade hat, was eine tolle Idee ist aus Südkorea. Aber es ist auch die Produktion selbst, die eine völlig eigene Qualität hat. Und darüber reden wir. Darüber reden wir auch dann hier, wenn wir die Sachen anschauen. Seit Herbst 2017 stehen Sie als alleiniger Geschäftsführer an der Spitze der UFA. Wie fühlt sich das so an? Wie ist das so an der Spitze? Ja, zunächst mal fühlt sich das jetzt gar nicht so viel anders an als davor, weil ich habe ja Teamworks sehr lange gemacht. Dann war ich Chef der UFA Fiction. Ich würde mal sagen, es sind zwei Dinge. Man lernt wirklich, wie stark man, das meine ich jetzt ganz positiv, abhängig ist von dem eigenen Team. Also ich merke natürlich in der Rolle jetzt, ich bin komplett abhängig von der Leistungsstärke, von der Begeisterungsfähigkeit der Mitarbeiter. Und sie lernen dann wirklich auch, die Mitarbeiter zu schätzen, weil sie wissen, das Ganze ist nur so stark wie jeder Baustein hier. Und die Bausteine sind die Mitarbeiter, inklusive mir selbst. Ich habe mich beiden Mitarbeitern auch bedankt für das Vertrauen, weil das ist ja eine Wechselbeziehung zwischen ständigem Austausch. Gerade übrigens bei den Jüngeren auch. Also ich habe so eine Roadshow gemacht, was extrem interessant war. Ich bin durch zehn Uferstandorte gefahren, habe mir an jedem Standort, kann man wie gesagt, fünf, sechs Stunden Zeit genommen. Also das kann ich gar nicht, am Anfang denkt man, ja muss das jetzt sein? Dann macht man es. Und ich muss wirklich sagen, aus dieser Erfahrung von einem direkten Kontakt mit Mitarbeitern, du bist gerade mit einem jungen Mitarbeiter am Freitag über eine halbe Stunde telefoniert, da geht es einfach um eine, der ist 23, ich halte ihn für Hochbegabte, da geht es einfach um eine Karriereplanung. Also es geht auch wirklich darum, das ist eine Erfahrung in Köln gemacht, wie kriegt ihr die Erfahrung jetzt in Berlin, in einem anderen Standort rein. Und wenn man mit so jemandem redet, merkt man a die Bedürfnisse, man merkt auch die Leidenschaft. Und es sind natürlich immer Gespräche über die Zustände der Firma. Man merkt bei diesen Gesprächen, stimmt das Gesamtgebilde, ist die Wertschätzung für den Mitarbeiter da. Und da kann ich nur sagen, das ändert sich im Moment jeden Tag, weil es ist wie eine kleine Gesellschaft hier. Also wir bilden im Grunde genommen alles ab, was auch die Gesellschaft abbildet. Ob es jetzt die Queer-Themen, Queer-Media-Themen sind, ob es die Green-Team-Bewegung ist bei uns im Haus. Also es gibt wirklich auch gesellschaftspolitisch überhaupt kein Thema, was nicht auch innerhalb der Ufa auftaucht. Und das finde ich natürlich irgendwie wirklich bereichernd. Also ich finde es belebend bereichernd, weil ich damit umgehen muss. Und es gibt auch für mich einen internen inneren Brückenschlag mit der Politik, weil ich kann sehr, sehr gut verstehen, wie schwierig es manchmal ist, Politik zu machen. Aber nochmal jetzt, die Offenheit ist das Entscheidende. Haben Sie denn als CEO überhaupt die Zeit, sich um jedes Thema oder um jeden einzelnen Mitarbeiter so zu kümmern? Also ganz sicher nicht um jeden einzelnen Mitarbeiter, aber Sie kriegen schon ein sehr klares Bild, was Mitarbeiter im Moment beschäftigt. Und ich sage mal, dieses Learning, was ich jetzt habe, und das ist ein spannendes Learning auch für Bertelsmann insgesamt, je intakter und je offener diese interne Kommunikation, die interne Struktur miteinander umgeht und auch glaubwürdig miteinander umgeht, je stärker ist der kreative Output. Also Sie können in so einem Unternehmen, wir sind nicht BMW, wir sind nicht Procter & Gamble, wir machen weder Autos noch Zahnpasta. Ja, das wird immer, es ist immer, wenn Unternehmensberatung hier ist, es ist immer ganz schwierig, den zu erklären. Es ist ein riesen Unterschied, ob Sie einen Automobilhersteller auf Vordermann bringen oder ein Unternehmen, was ausschließlich in vielen Bereichen von der kreativen Leistung, Kreativität ist ein ganz schwerer Begriff, was man sich da vorstellt. Ja, und ganz schwer zu messen, ne? Schwer, man kann es schon messen, aber die Grundlage für Kreativität ist wirklich eine tief empfundene Offenheit der Mitarbeiter untereinander und der Mitarbeiter mit den sogenannten Führungskräften hier im Haus. Sie haben selbst schon den Wandel angesprochen, die ganze Branche befindet sich in einem Wandel, vielleicht in dem stärksten seit Einführung des Privatfernsehens. Sehen Sie das als Chance oder als Bedrohung? Ich sehe das garantiert als Chance, weil ich habe ja jetzt selbst im eigenen Leben mehrere Wandel erlebt. Ich habe erlebt, ich bin groß geworden in einer Zeit, wo es de facto nur öffentlich-rechtliche, nur in Anführungszeichen öffentlich-rechtliches Fernsehen gab. Ich habe leibhaftig in Ludwigshafen den Beginn mit Helmut Kohl, den Beginn des deutschen Jürgen Dötz damals noch und alle den Beginn des deutschen Privatfernsehens erlebt. Ich habe Helmut Thoma erlebt, erleben dürfen. Ich habe die große Zeit von Marc Konrad und Helmut Thoma erlebt. Und ich erlebe jetzt natürlich eine Senderlandschaft, wo jeder jeden Abend sich… Bei mir haben einige Leute im Haus Satellitenschüsseln, die können dann 148 Programme sich zusammenstellen, machen die auch. In dem Wettbewerb leben wir, für die Produzenten ist es wunderbar, weil wir für wesentlich mehr Anbieter im Moment arbeiten. Und für mich ist das Ganze eine riesige Erweiterung der Palette. Ich empfinde da gar keine Bedrohung, ganz im Gegenteil. Also die Lust jetzt auch für jeden, egal ob es Netflix ist oder TV Now oder ZDF, also das Programm wesentlich punktgenauer zu analysieren, zu definieren, auch zu produzieren, das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Wir sitzen hier im Vorführraum von einem Kino. Welche Chance geben Sie dem Kino? Ja, das sind ja ganz unterschiedliche Erfahrungen. Also das Kino, in gewissen Ländern explodiert das Kino regelrecht. Also wir haben Zuschauerzahlen wie noch nie. Interessanterweise in Deutschland, ja in Frankreich beispielsweise. Also Frankreich boomt, England hat ein wahnsinnig gutes Jahr gehabt, Amerika eigentlich auch. Das ist erstaunlich, aber Deutschland hat jetzt, also ich habe im Moment das Gefühl, dass wirklich Deutschland einen riesen Aderlass vor allem im Kinobereich erlebt. Also warum auch immer. Also ich habe mir lange überlegt, woher das kommt. Also ich glaube, es kommt daher, dass wir immer noch eine relativ stabile, eine sehr, sehr stabile Zuschauerschaft der sogenannten 50 plus haben, die nach wie vor drei Stunden konsumiert, auch deshalb nicht ins Kino geht. Und die Jungen wandern teilweise halt eben in die Mediatheken, übrigens auch beim ZDF und sie wandern, auch in der ARD und sie wandern zu Netflix und anderen. Und das zieht natürlich anscheinend im Kino extrem. Könnte aber jetzt in Frankreich genauso sein. Ja, aber die Franzosen, muss ich Ihnen sagen, haben ein wesentlich schlechteres Fernsehprogramm. Also das muss man einfach mal sagen. Das ist so. Das französische Fernsehen wird jetzt deutlich besser. Das französische Staatsfernsehen war jahrelang abenteuerlich schlecht. Wirklich jetzt. Und sie haben eine riesige Subvention der Kinoindustrie gehabt in Frankreich. Und alles, was Rang und Namen hat, hat eigentlich für das Kino gearbeitet. Dann gibt es ja eine regelrechte Vorgabe, wie viel Prozent französisches Produkt im Kino in Frankreich sein muss. Das wird auch eingehalten. Aber das französische Fernsehen war bis vor wenigen Jahren, also übrigens bis zum Aufkommen auch der privaten, also MCs und andere haben ja dann wirklich vorgemacht, wie es geht, auch im Einkauf. Aber wenn sie da vor 20 Jahren, das waren ja also teilweise hanebüschenspießige Produkte auch. Mit der Junge muss an die frische Luft. Das ist ja im letzten Jahr ein sagenhafter Kinoerfolg gelungen. Wieso produziert die UFA nicht noch mehr Kinofilme? Wir haben ja schon mal die leidvolle Erfahrung gemacht, was es bedeutet, ich würde mal sagen, produzieren zu müssen, weil sie einen gewissen Personalstamm finanzieren müssen. Und das ist ja nun leidlich schiefgegangen. Eigentlich war es absehbar, dass es schief geht. Wir haben eigentlich ein ganz gutes Verfahren jetzt. Das hängt ja sehr am Sebastian Werninger, mit dem ich ja auch viele Dinge gemeinsam produziert habe in der Vergangenheit. Weil wir haben eigentlich jetzt gesagt, wir machen jetzt wirklich nur, wir müssen nicht. Das ist schon mal ein Vorteil. Also wir leben nicht davon. Und wir picken uns im Moment eigentlich maximal drei bis vier Programme im Jahr, von denen wir wirklich auch kommerziell komplett überzeugt sind. Es muss eine kommerzielle Überzeugung sein oder es muss eine sehr klar künstlerische Überzeugung sein, zu sagen, beispielsweise da ist ein Nachwuchstalent, was wir fördern wollen. Wir haben uns auch sehr über Sebastian eingesetzt, dass eine Regelung mit der Gewerkschaft gefunden wird für Debütfilme an Filmhochschulen. Es war alles ungeregelt, das Terrain, wie die finanziert werden, wie die Arbeitszeitbelastung ist etc. pp. Da wurde auch enorm Raubbau an Kräften betrieben. Und wir haben jetzt Gott sei Dank eine Lösung gefunden, auch mit Verti, mit den Gewerkschaften, dass auch die Finanzierung von Diplomfilmen, von Filmhochschulen wirklich auf einer sehr legalen, auch auf sehr korrekten Art und Weise möglich ist. Das war früher, würde ich mal sagen, wirklich für eine Firma wie die UFA, die unter besonderer Beachtung steht, war das dann irgendwann schwierig. Also wir picken entweder wirklich das extraordinäre Nachwuchsprojekt oder wir picken das kommerzielle. Also ich bin zum Beispiel auch jetzt überzeugt von Philipp Stölzl, die Co-Produktion, ich war noch niemals in New York, die jetzt startet, die wir gemeinsam mit der Regina Ziegler, das waren Sebastian, ich und Regina, die es produziert haben. Auch weil Sie Musical-Fan sind. Weil ich Musical-Fan bin, ja, aber viele erklären mir, es kann deshalb genau nicht funktionieren. Ich will jetzt keinen Namen nennen, mir hat gerade ein sehr prominenter Experte erklärt, warum Deutschland keine Musicals im Kino guckt, ich bin da anderer Meinung. Aber der Film ist gut, also der Film ist sensationell gut. Und ich vertraue immer nur noch auf die Qualität von dem, was ich selbst sehe. Da können Sie auch Caroline Link anrufen, wir haben eine Vorführung gehabt, ein halbes Jahr vor dem Kino statt. Und ich war mir, wir waren da nach Essen in Hamburg und ich war mir wirklich, ich täusche mich da wirklich ganz selten. Ich war mir 100% sicher, dass der Film sein Publikum findet. Also ich weiß schon, wer sich den Film ansehen wird. Ja, ja, der ist auch gut. Ich wäre viel verhaltener, wenn ich ihn selbst jetzt irgendwie missraten finde. Das gibt es ja auch ganz oft. Es sagt man, es ist zur Hälfte gelungen und dann vertane Chancen drin. Also jetzt bei der Regie von Philipp Stölzl würde ich sagen, ja, da ist etwas enormes gelungen. Wir sind gespannt und haben damit jetzt alle ins Kino gelockt. Hoffentlich, ja. Genau. Sie haben es vorhin schon verraten, dass Sie sich selbst sehr gerne auch so Unterhaltungssendungen im Fernsehen ansehen. Wie oft kommen Sie denn überhaupt zum Fernsehen? Ja, ich komme viel dazu, weil ich gucke natürlich vieles auch nachts oder ich gucke vieles in der Mediathek. Aber ich gucke wirklich vieles. Also es sind ja dann doch immer wieder Auszeiten, wo ich das sofort anmache. Ich habe das Phänomen, dass wenn ich im Ausland bin, selbst wenn ich in Korea bin, ich gucke da, wenn ich überhaupt keine Wort verstehe. Ich war in Seoul, ich habe wirklich eine halbe Stunde oder eine Stunde, bin ich so rumgezappt vor der Abendveranstaltung und habe dann koreanisches Fernsehen angeguckt. Oder japanisches, auch völlig absurd, japanisches Fernsehen anzuschauen. Aber man kriegt in der Tat so eine Stimulierung für jedes Land über das Schauen. Und ich habe immer noch genügend Zeit, auch in Deutschland wirklich permanent zu schauen. Also die großen Sachen von uns gucke ich eh hier, aber die Live-Sachen, ich sage, nehmen wir es mal DSDS. Ich würde mal sagen, von DSDS habe ich fast 60 Prozent wirklich auch live geguckt. Das gucke ich dann. Das steht bei Ihnen so im Terminkalender? Ja, weil ich am Wochenende meistens frei mache und wenn ich Samstagabends da bin, gucke ich auch. Und es läuft ja übrigens in einer dreimaligen Wiederholung. Sie können es nachts noch mal schauen. Es läuft Sonntagmorgens, Sonntagmittags dann noch mal. Also es gibt genügend Gelegenheiten. Aber wenn ich es höre, Sie versuchen es tatsächlich dann auch zu sehen, wenn es ausgestrahlt wird? Oder sind Sie so der Typ Binge-Watcher? Nee, ich gucke wirklich sehr gerne live, weil auch das Live-Erlebnis von DSDS, ehrlicherweise ist ja getaped, aber es ist dann für Zuschauer live. Live on tape? Live on tape, aber ich mag das. Es ist ein ganz wichtiges Fernsehprogramm in der zeitlichen Einbindung zu schauen, wo es dann wirklich auch läuft. Ich habe bei unserem Mütter, unserer Väter damals, es gibt Programme, die können Sie nur wirklich live dann schauen, weil sich Stimmungen in der Gesellschaft, Zeitgeist, Atmosphärisches, das hat sofort eine Auswirkung auf die, es hat jeden Tag eine Auswirkung, was am Tag passiert, hat jeden Tag eine Auswirkung auf das, was Menschen abends schauen. Das ist so. Also es gab Zeiten, wo nur blanke Unterhaltung lief, weil ich nenne mal die Lehmann-Krise, als die Lehmann-Krise war und der Bankenzusammenbruch und man wirklich das Gefühl hatte, die Welt steht vor dem Ruin, da gingen alle Quoten von sämtlichen Hardcore-Unterhaltungssendungen nach oben und alles, was irgendwie schwieriger war, anspruchsvoller war, wurde ganz, ganz schwerer konsumiert. Was Menschen so abends schauen, Fernsehen wird immer digitaler, immer internationaler, haben ARD und ZDF da noch eine Chance? Ich rede jetzt nicht von Berechtigung, sondern eine Chance? Ich bin überzeugt, dass öffentlich-rechtsschösses Fernsehen eine Chance hat, weil erstens mal machen sie ein sehr, sehr gutes Programm. Man kann darüber diskutieren, wie man will. Ich erkläre jedem Journalisten immer, die Problematik von öffentlich-rechtsschösschen Programmen ist ja, das ist wie, wenn Sie einem Zeitungschefredakteur sagen, er muss quasi von der Zeit über Spiegel bis zur Bild-Zeitung alles abdecken, weil öffentlich-rechtsschösses Fernsehen ist eben nicht nur Föton der Zeit, es ist nicht nur Föton der FAZ, öffentlich-rechtsschösses Fernsehen bedient die komplette Menge der deutschen Zuschauer. Das muss man erst mal respektieren. Und das mag ich überhaupt nicht, wenn auch gewisse Journalisten dann immer mit so einem Standesdünkel dann der Meinung sind, Programm müsste quasi elitärer werden oder elitärer sein. Programm muss alles möglich machen. Also Programm kann elitär sein, Programm kann arthausig sein, Programm kann unterhaltend sein, aber wenn Sie öffentlich-rechtsschösschen Rundfunk betreiben, haben Sie erst mal eine Verpflichtung, die Gesellschaft abzudecken. Sie haben die Verpflichtung dazu, ob Sie wollen oder nicht. Und ich finde schon, dass das öffentlich-rechtsschösschen Rundfunk sehr, sehr gut gelingt. Und ich finde vor allen Dingen auch, dass da eine unheimliche Lernfähigkeit auch ist. Also ich merke jetzt schon, dass Programme wesentlich radikaler gedacht werden, gemacht werden. Ich nenne mal ein Beispiel wie Charité, das ist jetzt eine Ärzteserie, die im Kaiserreich beginnt, dann in der ersten Staffel im Schnitt 7,3 Millionen, in der zweiten Staffel immerhin dann noch 5,8 Millionen, wenn man die Mediathek-Zahlen dazu nimmt. Das sind schon massive Werte. Das sind schon, also jetzt, dass Sie jeden Dienstag dann 7,5 Millionen erreichen, und zwar über eine Länge von 45 Minuten, also nicht nur jetzt für 5 Minuten. Das finde ich schon, oder ich könnte es weitermachen mit Bad Bank von Christian Schworow, der bei mir studiert hat, was ich ein sensationelles Programm fand. Oder ich fand das Boot toll gemacht. Also das war jetzt ein Sky-Programm, ich fand Babylon Berlin toll. Also man merkt ja schon, dass die Risikobereitschaft immer weiter steigt. Neue Wege einschlagen. Neue Wege einschlagen. Denen haben wir bies gemacht. Das muss auch so sein. Das gilt für den Journalismus genauso. Also da sehe ich im Moment überhaupt keinen Grund, warum es bei uns öffentlich-rachtisches Fernsehen bergab geht. Ganz genau. Sie haben es gerade eben angesprochen, auch die Abrufzahlen in den Mediatheken. Also ich glaube, bei QDAM 59 sind 6 Millionen Abrufe in der ZDF-Mediathek. Werden diese Abrufzahlen, ist das die neue Messgröße? Also haben Einschaltquoten ausgedient? Ne, die Messgröße ist das Zusammenspiel von Tagesquote, übrigens auch dann der nachgewichteten Quote. Wir kriegen ja mittlerweile dann 14 Tage später nochmal die exakte nachgewichtete Quote, wo es nochmal höher geht und dann wirklich eine Addition mit der Nutzung online. Das macht mittlerweile jeder. Ich bin mir auch sicher, wir haben jetzt bei RTL zwei Programme verlängert bekommen, nämlich Nachtschwestern und St. Maik. Da bin ich überzeugt, ich habe jetzt noch nicht mit Jörg Graf geredet, aber ich bin überzeugt, dass auch die Mediatheknutzung bei beiden Programmen enorm hoch war. Also bei QDAM weiß es einfach von Heike Hempel. Also da liegen wir mit dem ersten Teil von dem QDAM Dreiteiler bei additiv dann nochmal zwei Millionen Abrufe. Die wirklich zwei Millionen haben den kompletten ersten Teil dann nochmal sich angeschaut. Wir liegen im Schnitt bei Charité bei 800.000 bis 900.000 pro Folge. Das ist auch hoch. Das sind Zahlen, wo sich jeder Streaming-Anbieter die Finger nachschlecken würde. Aber daran sehen Sie, dass die zentrale Quote ist dann die Einschaltquote. Die lag jetzt bei QDAM auch schon immerhin bei 5,4. Aber wenn Sie sich die 5,4 zusammenaddieren mit den zwei Millionen Mediatheknutzung, das sind schon relevante Zahlen. Das sind quasi fast ein Drittel der Zuschauer nochmal on top. Die Streaming-Plattformen geben so Abrufzahlen nicht raus. Dennoch scheint es so, als ob Streaming erfolgreicher ist als lineares Fernsehen. Ja, was es nicht ist. Ja, was es nicht ist. Wahr oder falsch, wäre die Frage. Auf deutschem Boden ganz sicher nicht. Also 100 Prozent nicht. Also klar ist, wenn Netflix einen weltweiten Launch macht oder Game of Thrones, HBO und dann, weil ich sage mal, Netflix, wenn die dann verkünden, sie haben jetzt 40 Millionen erreicht in den ersten drei Tagen mit Stranger Things, das ist ja nicht jetzt kompatibel mit einem Primetime-Programm aus Deutschland. Aber ich sage mal ein Beispiel auch wieder von uns. Wenn ich mir die Zuschauerzahlen zusammenadiere, unsere Deutschland-Reihe für Amazon und dann im Beginn versandeln, sondern initiiert übrigens auch von RTL mit der UFA zusammen, wenn sie die Länder, die ganzen Länderverkäufe, wir reden jetzt bei der neuen Staffel von Deutschland von 125 Länderverkäufen, in England war das ein Hit. Also in England war das eine der meistgesehenen Serien der letzten beiden Jahre. Ich rede von Deutschland 83 und von Deutschland 86. Deutschland 86 war bei Channel 4 ein Hit. Wenn ich mir diese ganzen Zahlen zusammenaddiere, auch von einem Programm, das jetzt nur aus Deutschland kam, da landen sie auch sofort bei 40, 50 Millionen Zuschauern. Das ist einfach weltweit, wenn sie die Zahlen zusammenaddieren. Das ist der Reiz, wenn sie so ein Programm dann wirklich in die ganze Welt disziplieren können. Und da müssen wir uns überhaupt nicht verstecken. Und in die ganze Welt distribuieren ist nur möglich, weil es halt so jemanden wie Netflix und Amazon Prime gibt. Nee, es gibt ja zig andere. Also es war die erste Staffel Deutschland lief ja bei Hulu und bei Sundance. Und dann irgendwann kam Amazon mit ins Spiel. Jetzt läuft es bei Amazon komplett. Aber andere Programme von uns sind ja auch gekauft worden von ganz verschiedenen Anbietern. Also ich nenne mal Kudam. Kudam wurde verkauft an Netflix. Kudam können Sie auch bei TV Nausisch anschauen. Also das Programm lebt ja Charité genauso. Die Programme leben ja wie eine Bibliothek, leben die ständig weiter. Arbeitet es sich anders mit internationalen Auftraggebern? Ach, eigentlich nicht. Also ich finde, es gibt da tolle Leute, muss man ganz klar sagen. Aber es gibt auch tolle Leute beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Also ich würde mal sagen, dass die Ähnlichkeit der tollen Leute beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen und bei Netflix beispielsweise oder bei Amazon, das macht gar keinen Unterschied mehr. Viele kommen ja auch von da, muss man ganz klar dazu sagen. Also viele sind jetzt mal bei Netflix einige Mitarbeiter, die jahrelang beim kleinen Fernsehspiel beim ZDF waren, ohne jetzt Namen zu nennen. Es sind ja viele gewechselt. Also viele haben ja 10, 15 Jahre Berufserfahrung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und haben dann gewechselt. Man sagt und hört auch immer wieder, dass in den USA halt sehr viel mehr Geld ausgegeben werden kann, um Stoffe einzukaufen, um Talente an sich zu binden. Was können Sie als Ufer da dagegen setzen? Also teilweise stimmt es ja, weil die Amerikaner jetzt auch die letzten zwei, drei Jahre gigantomanische Summen in kreative Pakete investiert haben. Das ist so. Da können sie gar nicht mehr konkurrieren. Ein gutes Beispiel war jetzt die Verhandlungssituation für die Siegfried und Roy Serie. Weil da sitzen dann wirklich in Las Vegas und da sind dann Angebote da gewesen. Das kann man ganz offen mal sagen, weil Angebote von Warner, Angebote von Peter Jackson, Angebote von Roland Emmerich und so weiter und so fort. Sie definieren natürlich dann auch, wenn Sie da sitzen bei Siegfried und Roy, Sie definieren natürlich dann auch so, was machen wir da jetzt und in welchem Budgetrahmen und in welchem Budgetrahmen ist es überhaupt möglich, jetzt auf deutschem Boden so ein Programm zu stemmen. Und dennoch ist am Ende des Tages war es eine Entscheidung für die Vertrauenswürdigkeit des Produzenten. Es war eine Entscheidung für die Ufer. Es war eine Entscheidung aufgrund des Track Records, den wir haben. Jetzt haben wir nochmal Schwierigkeiten gehabt in der Finanzierung. Das ist auch jetzt gelöst worden vor zwei Wochen. Aber Sie können da nur, wenn Sie mich jetzt fragen, Sie können da nur überzeugen aufgrund der kreativen Mannschaftsaufstellung, die Sie jetzt hier in Berlin haben. Also Sie können nur sagen, ist jetzt auch für einen Amerikaner das spannend, mit uns zu arbeiten oder auch nicht. Wahrscheinlich haben wir die Nibelungen. Es gab, ohne jetzt auch wieder Namen zu nennen, das sind hochrangige Agenten in Los Angeles, die seit Jahren jetzt versuchen, die Fritz Lang Nibelungen nochmal zu remaken und eigentlich auf den ganzen Nibelungen-Kosmos zu kommen, aufgrund des riesigen Erfolgs von Game of Thrones bei HBO. Da können Sie dann nur sagen, okay, aber die wirkliche Kompetenz haben wir jetzt hier in Deutschland. Jetzt nicht nur wegen dem Nibelungen-Fest-Spielen, sondern weil wir auch sehr tief in dem Stoff jetzt seit fünf Jahren eingedrungen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Also da können Sie nur überzeugen aufgrund ihrer eigenen Kompetenz. Da gucken Sie es dann schon gnadenlos, die Track Records an bei Movie Database und checken genau, welche Erfolge hatten Sie in der Vergangenheit. Aber siehe Medikus, also wenn das Paket stimmt, wenn die Regie stimmt, kommt auch Ben Kingsley. Ja, also da ging es jetzt tatsächlich um Filmstoffe. Es geht aber auch um die jungen Talente, die abgeworben werden und dann hier auf dem deutschen Markt nicht mehr zur Verfügung stehen. Was machen Sie da? Was haben Sie dem entgegenzusetzen? Auch wieder, es ist eine ganz simple Botschaft. Also ich muss ganz klar sagen, die UFA beispielsweise muss für Talente genauso spannend sein wie Netflix. Also wenn ein Talent auch am deutschen Markt dann der Meinung ist, sie wollen lieber eine langjährige Bindung mit Netflix eingehen und nicht mit der UFA, dann haben wir ein Problem. Ich kann das ja von außen niemand übel nehmen. Ich kann nur sagen, was bieten wir dir an, was bieten dir die anderen an. Das ist jetzt das Thema von vorhin. Die Leute entscheiden sich dann für die Gruppierung, wo sie wirklich eine menschliche Verlässlichkeit haben, der Talentpflege über das Kapitalistische hinaus. Also über die reine Ausnutzung, dass man sagt, das Programm lief weltweit toll, kriegst die Kohle und wenn es halt nicht mehr läuft, gehst du wieder nach Hause. Also es haben viele Leute bei uns begonnen. Ich nenne mal Christian Schwocho, der hier begonnen hat. Ich nenne Philipp Kattelbach, Florian Kossen, Eddie Berger, der jetzt für DiCaprio dreht. Das sind alles Leute, auf die wir hier jahrelang gesetzt haben, wo die Freundschaft geblieben ist und wo ich auch der Meinung bin, dass sie irgendwann auch wieder zu uns zurückkommen. Aber ich bin trotzdem natürlich enorm stolz, dass sie mit dem Backing, das sie bei der UFA erfahren haben, bei Schwocho waren es insgesamt fünf Filme und der Durchbruch war dann der Turm, dass so jemand jetzt für Netflix The Queen macht und andere Dinge machen kann und Bad Banks vor allem gemacht hat. Das macht mich natürlich stolz. Aber es geht mehr denn je um die sogenannte Heimat und die Verlässlichkeit von kreativer Heimat. Darum geht es am Ende des Tages. Das ist auch eine Vertrauenssache dann. Also mit wem gehe ich meine Partnerschaft ein? Es ist eine Vertrauenssache und sie muss halt auch belegbar sein. Also jeder am Markt merkt ja ganz genau, stimmt das Standing dahinter. Ist es nur bla bla, wird es wirklich ernst genommen? Oder ist es authentisch? Oder ist es authentisch? Ganz genau. Dadurch, dass Sie ja auch schon auf ein langes Filmleben zurückblicken können, Sie haben viele Talente eigentlich schon entdeckt. Also oder sage ich mal so jemand wie Heiner Lauterbach, Heino Ferch, Sebastian Koch haben ja zum Teil ihre Karriere auch wahrscheinlich ihrem Talentinstinkt zu verdanken, oder? Ja, das war nicht jetzt nur mein Talentinstinkt. Also ich nehme es mal genau die drei. Also Heino und Sebastian konnten wir hier gigantisch anschauen. Schillertheater, die konnten wir auf der Bühne entdecken. In der Tat ist es eine lange Freundschaft. Ich amüsiere mich auch immer, wie jung wir damals waren, weil das ist im Grunde genommen die jetzige Generation Jonas Ney war damals halt eben Heino Ferch. Aber das Talent hat man gesehen, ja klar. Also das Talent von Heino hat man wahnsinnig früh gesehen. Und mit Heiner verbindet mich eine ganz ewig, ewig, eigentlich ist es die längste Beziehung mit Heiner Lauterbach, weil Heiner hat damals im Theater in der Hohenzollernstraße in München gespielt mit Otti Fischer zusammen. Das ist über meinen längsten Freund Roland Suso Richter entstanden, die Verbindung mit Heiner, weil der dann umsonst bei Rolands Filmen mitgespielt hat. Aber Heiner Lauterbach war eine filmische Entdeckung und der hat ja damals Synchron gemacht. Es war ein exzellenter Synchronsprecher. Und ich weiß nicht, da war ich 24, ich habe zum Roland gesagt, das ist eine Frage der Zeit, bis so jemand mit dem Gesicht, das er hat und mit der Ausstrahlung auch für den Film entdeckt wird. So war es dann auch. Wie werden heute Filme besetzt? Nach Followerzahl? Nee, überhaupt nicht. Null. Also wirklich ganz und gar nicht. Also wirklich nur nach der Qualität der Leute. Und sie entdecken ja permanent, also ich nehme jetzt mal Deutschland 83. Also da ist jetzt kaum jemand drin, ich nehme mal Sonja Gerhardt in ihrer allerersten Rolle, ich nehme mal Jonas Ney, so gefühlt in der zweiten Rolle seines Lebens. Gut, Sylvester Groth war mit dabei, aber viele andere. Aber das Kernensemble war der Jonas, war der Jonas mit der Sonja und vielen anderen noch. Und ich nehme jetzt mal die Kudamm-Trilogie. Das war ja, ich habe sehr gesetzt beispielsweise auf August Wittgenstein, den fand ich immer schon an, To Discover, man hat immer gefragt, warum wird August Wittgenstein eigentlich nicht ein Star, ist er jetzt, oder auf dem Weg dorthin. Emilia Schüle war eine Entdeckung, dann Tristan Pütter, völlig auf der Landkarte, kein Mensch wusste hier im Haus, wer Tristan Pütter ist. Dann gab es ein Casting-Tape und der Typ war so sensationell gut und das sind alles Entdeckungen. Und Tristan Pütter kann auch jetzt drehen und tun und lassen, was er will. Also es geht wirklich nur um die Qualität der Leute, immer. Also es geht nicht um Name-Dropping, es geht gar nicht mehr, auch nicht beim Zuschauer. Wir hatten vorhin Gelegenheit, in Ihr Büro zu schauen und da stehen ganz viele Filmpreise. Auf welche Trophäe sind Sie besonders stolz? Eigentlich auf jede, weil bei jeder ist irgendwie so eine, erinnert man sich, was es für eine Arbeit war. Also ganz sicher, was wichtig war, war ganz sicher, auch nach den ganzen politischen Aufregungen, war sicherlich die beiden International Emmys bei Deutschland 83 und vor allem bei uns und mit unserer Väter, das war wichtig, weil wenn so ein Film ein Dauerpolitikum wird, ist ja immer noch ein Politikum in Polen und mit unserer Väter, ist eine internationale Auszeichnung mit einem Gremium, das dann doch aus der ganzen Welt besteht und auch nicht bestechbar ist. Das bedeutet mir dann schon sehr viel, auch in der tagespolitischen Diskussion. Ja, aber auch weil ganz viel persönliches Herzblut da ja auch mit drinsteckt. Ja, weil man sich auch attackiert fühlt. Das ist irgendwie, also entweder war man dann ultra rechts, dann wurden ja endlose Artikel verfasst, man wurde jetzt quasi noch recht als die AfD dann eingeordnet, warum auch immer. Das war bei Rommel übrigens genauso, dann jetzt die polnische Kritik, die ist auch heftig. Also man hat ja das Gefühl, man hat ja irgendwie ganz böse Dinge getan und das war nie der Ansatz von dem Film. Also der Ansatz war wirklich in die Wunde deutscher Schuld eigentlich noch wesentlich stärker reinzubohren und das auch mal spürbar zu machen, was dann in der Tat auch Kriegsverbrechen bedeutet, vor allem auf Seiten der Deutschen. Das hat natürlich mich da vieles angegriffen. Kann ich gut nachvollziehen. Sie haben mit Bertelsmann das Agreement, die Vereinbarung, dass Sie mit 65 Jahren aufhören. Was kommt danach? Also erstmal, ich habe mit Bertelsmann gar kein Agreement. Ich habe einen Geschäftsführervertrag wie jeder andere Bertelsmann-Geschäftsführer, der, ein Geschäftsführervertrag ist jederzeit kündbar. Also um es mal so zu sagen. Es gibt kein Agreement mit 65 mit Bertelsmann. Es gibt eine längere interne mit Bertelsmann geführte Gesprächssituation über Verrentung. Und innerhalb der Verrentung sind gewisse Milestones drin. Aber um es mal zugunsten Bertelsmann zu sagen, Bertelsmann kann mich jederzeit hier wieder raussetzen. Da gibt es keine Agreements. Ich beschäftige mich da im Moment eigentlich überhaupt nicht damit. Also ich beschäftige mich jetzt wirklich mit dem Tagesgeschäft sehr, sehr stark, mit der Mannschaftsaufstellung hier. Also ich finde schon entscheidend zu schauen, dass die Mannschaft stimmt. Auch eine Mannschaftsaufstellung, die dann in der Tat so lange hoffnungsvollerweise lustvoll am Arbeiten ist, dass, wenn ich hier ausscheide, dass es dann auch einen guten Übergang gibt. Wie ich finde, ist der mit Wolf Bauer sehr gelungen und eine starke Freundschaft, stärker denn je, muss ich sagen, erhalten geblieben. Aber ich beschäftige mich wirklich, ich habe genug zu tun jetzt hier. Also das ist schon, das ist jetzt nicht, dass ich hier dauernd Zeit hätte, mich mit 65 zu beschäftigen. Wenn Sie für Ihr Lebenswerk ausgezeichnet werden würden, wer sollte die Laudatio halten? Das ist auch schwierig. Sehr schwierig. Keine Ahnung. Jemand, der mich sehr gut kennt. Da gibt es einige, die mich sehr gut kennen. Es gab ja schon verrückte, schöne Preise. Ich habe mal irgendwie Ehrenpreis gekriegt vom Max-Ofels-Preis für die Nachwuchsarbeit. Hat Maria Furtwängler eine sehr launische Rede. Also Maria ist in der Lage, dann 25 Minuten ohne jedes Manuskript über jemanden zu reflektieren. Also Maria wäre garantiert jemand, der das sehr gut könnte, weil sie mich auch in all meinen Tiefen und Höhen kennt. Und dasselbe könnte ich auch über Sie. Also von daher würde ich das ganz gut ergänzen.